Nein, das ist kein Ballhaus jetzt. Jungs, hält ihr das in die Gewaltzeit? Bruder, holy shit, Digga. Jungs, an meinem Haus. Ich werde angeschossen. Digga, ich fick dir jetzt. Bruder, komm, 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 komm mal bitte zum Friedhof. Die schießen einfach auf mich ohne Dings. Ohne Ansage, Mann. Wollen die mich verarschen, oder was? Ich bin am Friedhof. Fick dir mal weg, der ist das. Danke. Nice, nice, Bruder. Du kleine misshandelte Schande, du. Auf dem scheiß Drecksboden. Was denkst du euch, wer du bist, du Vollidiot? Was schießt auf mich? Du Scheißhaufen. Wer bist denn du? Zeig, wo ist dein scheiß Ausweis? Du kleine F***. Vito Scaletto. Ich f*** dich, wenn du noch Klasse überlebst. Deine ganzen Leute werden jetzt f***. Um was geht's, mein Bruder? Komm mal am besten rüber. Wenn du, also bist du gerade bei 187, oder? Ich bin im LCN am Wesen. Wie ist die Luft? Okay, Bruder, dann schmeiß dich in einen schwarzen Mantelschatten und dann flitze wir ganz schnell rüber, bitte. Ich flitze gleich rüber, okay? Mit Autor. Ja, bitte. Also Leute, wir sind heute romantisch unterwegs, weil der Bachelor verteilt die Rosen. Auch im Krieg, ja, auch im Gebüsch. Auf jeden Fall nochmal, die Rose ist für jemanden. Wir wissen nicht für wen. Sie ist blutdurchdringt, hat echt, wirklich, ich hab viel mit der Rose mitgemacht. Ich bin nicht einmal ins Licht gegangen mit der Rose, ne? Ich hab die ganze Zeit beim Fight dabei. Die ist echt blutdurchdringt im RP, ja? Also safe call. Das ist eine besondere Rose, Digga. Wenn ich die verliere, dann ist's blöd. So. Zwei schwarze Revolter sind die ganze Zeit auch der Jagd, wie ich's aus, ja? Ja, sie sind zwei Hackern und so, die ich jagen die UGs die ganze Zeit. Habt ihr andere Kleidungen oder seid ihr so unterwegs, Jungs? Wir sind alle full zivil. Versuch's mal mit Italienisch. Wo bist du? Ich bin in der Innenstadt, also in einem Parkhaus, um genauer zu sein. Tatütata. Ich stürm das Anwesen. Oh, Alter, hab ich Glück, ich war gerade drauf, ne? Äh, André, wir müssen auf jeden Fall gleich den Standort ausmachen, dass wir das klären, ne? Aber ich sehe aus wie ein Idiot. Du musst halt irgendwas machen, was halt nicht so obvious ist, ne? Ehrlich sogar. Ehrlich sogar. Ey. Pst. Ah? Pst. Why are you bullying me, man? Pst, 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 pst. Komm raus jetzt, Mann. Wo bist du? Hinter dir. Ey, was ist. Pst, pst. Komm rein hier. Komm. Wie er bin. Ah, Sonny, komm mit, komm mit. Wir müssen. Was ist da los, Digga? Komm rein hier. Nein, komm, du jetzt mit. Bruder, ich muss so fortfahren. Hast du einen Problem? Geist Ärger? Bleib mal am Telefon, Nicole. Komm mit. Ich seh aus wie ein Idiot, ne? Ja, das ist geil. Das hat einen Grund, aber lach nicht. Wir müssen uns aber treffen. Das sieht so scheiße aus. Hast du den Standort gekommen? Sofort, ich komm sofort. Wie lange brauchst du? Nee. Bruder, wo bist du? Ich bin beim Sägewerk. Gut, okay, ich komm jetzt. Ich geb Gas. Ich warte auf mein Auto. Bin in ca. 3 Minuten bin ich da. Okay, bis gleich. Ja. Ja. Bruder, wie lange ungefähr? Bitte? Wie lange brauchst du ungefähr? Ich bin grad auf dem Weg. Ja, also wie lange ungefähr? Eine Minute. Eine Minute. Alles klar, bis gleich. Steht irgendein Auto? Ja, da stehen genug hier, ja, ja. Ja, okay, perfekt. Bis gleich schon. Weil eben stand da keins. Mhm, bis gleich. Boah! Nein, das ist kein Ballhaus jetzt. Jungs, hält ihr das in Ihrem Rolltag? Bruder, holy shit, Digga. Jungs, an meinem Haus. Ich werd angeschossen. Digga. Ich fick dir jetzt. Keine Ahnung, Digga. Bruder, komm mal bitte zum Friedhof. Die schießen einfach auf mich ohne Dings. Ohne Ansage, man. Wollen die mich verarschen oder was? Ich bin am Friedhof. Oh, fick die mal weg, der ist das. Ja, ja, ja. Danke. Nice, nice, Bruder. Die kleinen Ratten, Digga. Die kleine Fotze. Was fällt dir entscheiden oder was? Was war das Ding? Du kleine misshandelte Schande, du. Auf dem Scheissdrecksboden. Was denkst du nicht wer du bist, ne? Du Vollidiot. Was ist auf mich? Du Scheisshaufen. Wer bist denn du? Sag wo ist dein Scheissausweis? Wie geht's dir mein Freund? Oder nix mal, wenn du ein Skeletto ficken willst, Digga. Dann warte, bis der Medic dick ist. Kleine F***se. Du kleine dreckige F***se. Geh einmal dran, ich nehme dich jetzt am Telefon auseinander, bitte. Ja, Sonny. Du stehst ab sofort auf der Todesliste, die es überhaupt auf dieser Insel gibt. Ich werde dich auseinander nehmen, okay? Oder willst du dich jetzt nur entschuldigen? Du hast jetzt nur die Chance. Ich mein's erst. Nein. Du wirst so fackeln, Junge. Bruder. Komm, fahr einfach. Ja? Guten Tag. Wenn wir uns kommen. Trotz, die auch kommen. Ja, wirst du? Ich hab die beste Pizze, ja. Könnt ihr mich eigentlich hören? Ja, ja. Wir haben gerade geilen Trechern, oder? Wie fahren sie sowas? Ich kann deine Mutter liefern, ne? Ja, ich kann deine Tante und deine Mutter liefern. So, wo bist du? Wo bist du? Hört das nicht gut an für dich, du Ehrenloser? Hört sich das gut an? Wie ist dein Name, du kleine F***se? Ehrenlose Tunte, du? Du kleine dreckige F***er. Du kleine F***er! Deine F***er! Was denkst du, wer du eigentlich bist, du kleiner Hund, hä? Weißt du, was du dich anlegst, du kleine F***er? Junge, ich nehm dich auseinander, Digga. Weißt du das? Ich nehm dich auseinander, du kleine dreckige F***er! Ich mach dich zu meiner F***er! 82972! Ich mach dich zu meiner F***er! Zu meiner kleinen F***er, du kleine F***er! Ich nehm dich auseinander! Hörst du! Pffft! Kau mal Wallers Tanker! Wir sind Richtung KH1, glaube ich lang. Also Richtung Norden, Krankenhaus 1. Kriegst du Standort oder was? Ich krieg so ungefähr Informationen, ja. Wollen wir einfach mal extra durchballern? Vielleicht waren die gleich mit so vielen Möglichkeiten, wie die zum Mirror-Far kommen, ne? Hier! Hier links links! Da vorne! F*** die kleine dreckige F***er jetzt! Das war er! Das war er! Gebt Kickdown und f*** den kleinen Affen jetzt! Nehmt ihn auseinander von A bis Z! Naja, aber wieso denn? Wo ist er lang? Das ist wahrscheinlich gerade auch. Ja, PD, PD, PD. Langsam, nicht zu auffällig, lass ihn da vom PD weg. Da ist er. So, Zugriff, Zugriff Jungs! F*** ihn jetzt Ansage raus und f*** ihn auseinander. Sofort stehen bleiben oder er stirbt aus der Hölle! Hey! Hey, Rainfahrer, stehen bleiben! Stehen bleiben oder es knallt! Stehen bleiben oder es knallt! Stehen bleiben oder es knallt! Erster stehen! Stehen bleiben! Aussteigen! Aussteigen! Ne, steck rein, steck rein! Digga, der hat meine komplette Besten. Digga, lass dich nicht von so einem Rain ficken! Komm! Hier ist kein Land. Wo ist sie? Bleib stehen, bleib stehen! Ja, komm! Jungs, wir sind am PD! F*** ihn weg! Stopp! Komm mit, komm mit, komm mit! Hey! F*** ihn, f*** ihn! Lass mich auch fahren hier! Komm! Ja, okay! Hintergrund zu rechts! Crips in der Vorderung! Check in, check in, check in! Crips in der Vorderung! Hey! Okay! Aber zeig dir mal, wer geht hier! Und guckt? Er hat von Skeletta! Gib zu, oder was? Gib zu, oder was? Oder willst du aufbrechen? Und Florian, bitte! Die Masse scheiße auf! Einfach deinen Brick, also mal ran und fertig! Okay! Die beiden müssen aber raus bleiben, falls der rausgeht, ne? Ich aufhören! Los geht's, drei! Ja, okay! Und? Hallo? Nein! Leer! Falle nicht! Moin! Servus! Schnell, um der jetzt hinten nachwesen! Ja, was geht! Wo ist der Mäger? Ist der Mäger schon da? Ist der Mäger schon da? Ja, warte mal stehen! Stehen bleiben, sonst knallt's! Schieß, 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 schieß! Schieß, schieß, schieß! Schieß, schieß, Digga! Was geht ab, Jungs? Auf den Fahrer, Digga! Auf den Fahrer! Ja, 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 ja! Aussteigen, 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 aussteigen! 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 Ich hab' aber auch für so lange bei vier Stunden! Ihr f***t nicht mit Sonja wie Gangbang, ne? Mehmet Müller! Mehmet Müller! Fahrrad ist gestaun, Fahrrad ist gestaun! Haben wir? Der Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad! Aussteigen, aussteigen, aussteigen! Lass ihn! Nein, Digga! Der f***! Er lebt nur... Dann geht grave! Mann, was geht da unten auf? Boi! Sie haben einen Echt! Sie haben einen Echt! Sie haben einen Echt! Was seid ihr denn? Fahr weiter hier rechts rein! Jetzt sofort! Wer seid ihr denn? DGPD rein, Digga! Bewib dich! Bewib dich! Bewib dich! Aussteigen! Sag doch, wer ihr seid! Aussteigen! Wir können jetzt mit Person auf Fahrrad schießen! Der ist... Auf den Fahrrad! Ah, die schießen aber los, Digga! Ja, Fahrrad ist weg! Ah, guck mal! Du schießt auf mich, ne? Ja, im Auto sitzt einer! Im Auto sitzt einer! Alle einsteigen! Auto ist weg! FNM-DM, meine Lieben! FNM-DM, zack zack! Ihr wollt auf uns schießen? Okay, dann ballern wir zurück! Komm, auf geht's! Ja, komm! Komm, durch! Du bist auch beide weg! Ciao, beide weg! Ciao! Goddard! Also, sieh! Komm, durch das analysis! Ajax! Gästen, eine Schmit! không! Also, liewer ich es dir tun… Ich sch Gang! Os Persön 1994 Untertitelung des ZDF, 2020